Der berühmte österreichische Arzt Rüdiger Dahlke wurde einmal gefragt, was wäre so eine Top-Übung, die er mitnehmen würde auf einer Insel. Und da hat er gesagt, das wäre die Ohrmassage für ihn. Ich kann das nur bestätigen. Müsste ich mich für eine Übung entscheiden, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit die Ohrmassage. Und die machen wir jetzt gleich. In der TCM ist das Ohr eine Reflexzone, so ähnlich wie der Fuß. Ihr kennt das, der Fuß hier hat viele Reflexzonen, die den ganzen Körper widerspiegeln. Genauso ist es am Ohr. Der Vorteil beim Ohr, du kannst es leichter erreichen als den Fuß. Und wie machst du das Ganze? Du nimmst deine beiden Ohren mit dem Daumen und dem Zeigefinger und beginnst von oben nach unten die Ohrkrempel, also den äußeren Teil bis zum Ohrläppchen zu massieren. Und das Ganze machst du siebenmal von oben nach unten. Das kannst du morgens im Bett machen, um munter zu werden, um deinen ganzen Organismus zu aktivieren oder auch abends, um tiefer und besser zu schlafen.